Mir hat besonders gefallen in meinem Auslandsaufenthalt, dass es einfach ein Leben in einer anderen Stadt ist. Also man ist nicht zum Urlaub dort, man lebt dort, man hat eine Wohnung, man hat eine Unterkunft. Und mir hat besonders gut gefallen, dass ich eben dort die Freiheit hatte, alles zu machen, was ich wollte. Meine größten Learnings waren, dass ich auch mit wenig Vorkenntnisse in einer anderen Sprache viel geschafft habe, einfach weil ich es schaffen wollte. Und auch wenn ich nicht gut Spanisch spreche, ich habe mich verständigen können, ich habe einkaufen gehen können, ich habe kleine Dinge erledigen können, ich kann einfache Gespräche führen, was ich davor nicht konnte. Gehe über deine Grenzen und lebe in einer anderen Stadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017